ja hallöchen ihr lieben leute und ein herzliches willkommen zur nächsten folge von das schwarze Auge trocken sagen ich bin hier in meinem Revier ja mein Gin ist tot ich hole mir auch noch mal den Gin ist doch kein Gin Problem ich kann Vakuum modifizieren Amatruz ich kann alles machen Leute neuen Amatruz raufschmeißen ist einfach so so jetzt bin ich wieder voll fit Leute so gehen wir mal weiter würde ich mal sagen wir gehen mal weiter auf der Leuder hier ist noch eine Chromienkonsole ja ja ich hoffe ich bekomme das mit der Konsole hin ah da geht es dann noch weiter rauf was ist da warum also ich muss zum adamantänen Herz kommen ne ich weiß nicht ob ich das alles richtig mache mit den Chromienkonsolen weil da ist noch was oben obwohl da unten noch was ist also ich weiß nicht genau so gehen wir mal weiter es kommt dieser Chromienkönig wieder ach du Kacke nö kommt er nicht Aua Falle ausgelöst Knochenbruch Schleute ich hätte mir wirklich viel mehr Verbände einpacken sollen er muss ein bisschen Leben wieder rauf bekommen Leute ja es ist halt leider so Leben zur Wüsten sind Leute Aua wieder zwei Knochenbrüche noch weniger Leben was soll das Leute ach ich weiß nicht genau wenn da drin ist irgendwas muss ich da nach oben auch wahrscheinlich natürlich ja das ist natürlich doof verbandisieren ich kann ja Balsam seiner Wunde nehmen Leute da muss ich nicht so lange warten bis die Heilung oben ist so jetzt okay da tut sich jetzt gar nichts oder was ähm okay da tut sich jetzt überhaupt nichts nichts da mein Chromienkristall genau okay da geht es auch nicht mehr weiter Leute ich geh mal rauf ich geh rauf ich geh rauf weil ich bin arzt er muss sich ja wieder runter rum oh Leute jetzt kommt wahrscheinlich der Chromienkönig wieder oder so viele Kölme oder so viele Kölme oder so viele Kölme oder so viele Kölme ja du bist ein Vogel und ich hasse dich der hat immer so viele Kölme der hat immer so viele Leben so viele Kölme so viele Kölme so viele Kölme weg dieser was ist da okay okay aha den kann ich jetzt nicht okay okay warum kann ich den jetzt nicht beseitigen in diesem das ist das für mich komisch bei meiner Axt okay naja schauen wir mal auf jeden Fall nicht in China da kann ich jetzt nichts machen Leute lass das mal vor Krim machen vor Krim wo stehst du da nimm dir den gleich vor Krim haha bei meiner Axt du sprichvoll so wie schaut's ich habe den Knochenbruch bin Blitz gefunden na sind das tolle Aussichten Leute ich kann diesen Stein nicht angreifen die spawnen ja immer wieder nach Leute was soll das das also irgendwie packt das gerade oder ist das absichtlich so Leben zu Wüstensand ähm Leute irgendwie packt das gerade richtig ich versuch mein Bestes um leute den die scaven immer wieder nach leute na klar logisch wenn ich die den ding nicht ausschalte den ausschalten kann diesen komischen dinge da kommen ja daneben das ist ja voll nicht drauf mann da ja rome kristall so davor können sich den vor so nicht ja schauen wir mal gesundheit schaut super aus noch ja bis ich zauber sollte normalerweise hin holmen kristall einfach draufschmeißen ich weiß nicht also leute ich mach gar nichts oder was vor krim bei meiner axt lasst dich treiben auf den scheiben zahra an ein jahr und doch da hat er es hinüber so fertig gott sei dank leute ja 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 heftig Leute ich trinke mal ein Stückchen von meinem wasser wahnsinn jetzt kommt wieder der kronen könig ja ich bin wieder verwundet leute ja balsam salabunde auf mir auf mich geben ich war hier einmal leute ich armatruz raufschmeißen und ich kann ebenfalls nö ich kann auch kein armatruz raufschmeißen Leute so ah ja genau das können wir ausnehmen zweimal kristall splitter so amatruz so schauen wir mal ne oh Leute ich muss ein bisschen meine astrale energie nach oben schnellen lassen ah der chin schaut gut aus amatruz haben wir oben passt und ich kann noch einmal speichern ja ich weiß wieder 576 mal speichern ist mir egal jetzt so alle ausgelöst shit Leute ich weiß nicht ich check das einfach nicht mit diesem symbol wirklich nicht leute ja wir sind da drüben ah schon wieder so ein komischer kristall ding Leute und weiter geht's so Krolmenkristall angreifen du Gwendala nimmst ebenfalls den Krolmenkristall in Angriff so vor Krim kämpfen ist angesagt Krolmenkristall in Angriff Ardo bei meiner Axt so zack auch da draufschmeißen totalen Feind Sarah die Sarah ist nicht da die schreien immer so vor Krim für Ardo sagt dann Nasreddin Rastula Rastula ja genau aus warum bist du schon fertig mit dem Krömenkristall da hinten Ja natürlich ja natürlich bitte danke Zeit Nasruddin Leben zur Wüstensand diese grausamen Krolme ich hab schon die Nase voll von diesen Krolmen echt jetzt ich versuche mein Wälder vor Krim da wird ordentlich gekämpft jetzt so du schmeißt da drauf ich bin tot ich bin tot ich bin tot jawohl fertig super steh auf Boastie super echt jetzt Leute der vor Krim ist Blumbum baromisiert Leute das geht ja gar nicht also ich muss zum Ademantänenherz kommen warum hast du das nicht gemacht Leute ich kann mich heilen auch kann ich ja bis jetzt seit ich in diesem Ding unten bin in diesen Feuerfällen keinen einzigen Heiltrank vergeudet Leute warte so jetzt hole ich mir das ganze da so wie schaut es aus ja gut Krolmenkristall so du wirst einmal da draufschmeißen auf diesen Krolmenkönig Kronenkönig Weg ist er wieder. Er verschwindet jedes Mal nach einmal treffen. Was nehmen wir jetzt für einen? Aua! Irgendwann mal gehen wir die Verbände aus, Leute. Das ist unglaublich. Balsam seiner Wunde. Ja, das kann ich jetzt aber einfach. Wurscht jetzt. Super. Dann werde ich das nächste machen. Wiederfalle ausgelöst. Einfach bis es funktioniert, Leute. Aha! Ja, bitte. So, verbandisieren. Ja, die liebe... Ähm... Gwendale wird sich noch einen Armatruz raufschmeißen. Ich werde mal ebenfalls noch einen Armatruz raufschmeißen. Ähm, jo. Liebe Leute, aber dann mache ich in der nächsten Folge weiter. Würde ich einmal sagen. Ja, wir kommen der Sache immer, immer näher. Und dankeschön fürs Zuschauen. Ich sage Game Over und ciao.